Ja, da werden die Kinder vertreten. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Die Mama sitzt da oben und schaut raus, hast du das gesehen? Das ist das Gehege, wo sie können schlafen. Das ist das Gehege, wo sie können schlafen. Das ist das Gehege. 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 Ja, die sitzen so einem Baum oben, sie planten sogar die ganze elektrische Kastelle aufbauen da oben, weil sie da oben nicht die Hähne müssen wegnehmen. Was ist das Hähne? Was ist das Hähne? Was ist das Hähne? Das trinkt, da der Mama liebt. Ein Zeugestier. Aber die Hähne ist kein Hähne. Ja, aber die Hähne ist kein Hähne. Ja, aber die Hähne ist kein Hähne. Ja, die Hähne ist kein Hähne. Ja, das ist ein Hähne, das ist ein Hähne. Ja, das ist ein Hähne. Ja, das ist ein Hähne. Papa, 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 jetzt hier noch eine andere Tiere, Papa. Jetzt wollen wir eine Schnurre. Kannst du mir? Das ist das Baby. Das ist das Baby. Das ist der zweite. Ja, das war der zweite. Eindeutig. Aber das Bauchen, das Grün-Bauuchen, das ist ja der Irre. Das ist der nächste. Das war die Sache. Das war die Sache. Da ist der Einheit. Das ist der Einheit. Das ist der Einheit. Gut, ich weiß nicht, es ist der Einheit. Das ist der Einheit. Vielen Dank. Vielen Dank.